Ich freue mich Ihnen heute unser neues kulinarisches Konzept vorzustellen. Wir, das ist einmal die CKR Management Beratung und natürlich Helios. Gemeinsam haben wir sechs der besten Köche Europas ausgesucht und so mit dem Sommelier 14 Michelin Sterne zusammengebracht. Was ist das Ziel? Natürlich geht es um Patientenverpflegung, aber es geht um mehr. Es geht um die Kombination von Service Excellence und kulinarischer Excellence. Wir schaffen eine Transferleistung aus der Top-Gastronomie in andere Bereiche hinein. Damit werden neue Gedanken angeregt und ein spannender Austausch zwischen zwei verschiedenen Branchen findet statt. Am Ende lernen wir alle gemeinsam mit dem Ziel, unseren Patienten oder in anderen Bereichen unseren Gast, unseren Kunden, unseren Mandanten zu begeistern. Wenn auch Ihr Unternehmen Transferleistungen, also Analogien braucht, um im Service und in der Führung besser zu werden, dann freue ich mich auf Sie.